Dieser Audio-Jammer sorgt dafür, dass Mikrofone in seinem Umfeld kein Signal mehr übertragen können. So kann zum Beispiel ein Mobiltelefon oder eine versteckte Audio-Wanze nichts mehr aufnehmen oder übertragen. Wir hören jetzt mal rein, wie es für ein Mikrofon klingt, wenn dieser Audio-Jammer aktiviert ist. Während im Raum normal gesprochen werden kann, also ein Gespräch oder eine Konferenz geführt werden kann, ist es unmöglich, diese mitzuschneiden. Erwerben Sie das Gerät auf www.alarm.de